Ich hab was für dich. Bist doch ein Meister der Verpackung. Headline, Streichelzog für Sexstraftäter. Sehr gut. Was ist das für eine extrem schwachsinnige Frage? Haben Sie sich die ausgedacht? Ich kann doch nicht mein Interview mit dem Mörder nicht bringen. Nur die Angst vor dem Wolf macht die Erde zur Herde.